Liebe Brüder und Schwestern, liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von einer Institution, die uns über lange Jahre begleitet hat. Die FDP ist von uns. Die FDP ist von uns gegangen. Wir sagen zum Abschied leise Servus zu einer Partei, die den politisch Interessierten seit Jahrzehnten Erheiterung und Verblüffung zugleich geschenkt hat. Lasst uns, Brüder und Schwestern, ein letztes Geleit geben, einen kurzen Blick auf die Geschichte dieser ruhmreichen Splitterpartei werfen. Kurz nach dem Krieg entstand die FDP aus dem Zusammenschluss von DVP, DDP und DDP-DHKP. Und bereits 1949 zeigte sie ihr erschreckendes moralisches Gerüst, als sie vehementer als jeder andere ein Ende der Entnazifizierung forderte. Und so bot sie bald all denen, für die Nehmen seliger ist als geben, eine geistige Heimstatt. Unternehmer und ihre Berater, Anwälte, kurz, all die Lebewesen, für die es auf Noahs Arche zu Recht keinen Platz geben würde. Sie sammelten sich bei den freiheitlich-liberalen Freiheit. Das hatte sich die FDP seit ihres Lebens auf ihr Banner geschrieben und es bedeutete vor allem die Freiheit, den eigenen Zaster vor dem Fiskus in die Schweiz zu retten. Die FDP, sie erarbeitete sich unter Heus, Mände, Schäl und Hambrüche eine sympathische Unwichtigkeit. Aber 1982 zog sie endgültig auf die dunkle Seite des Bösen und verhalf Helmut Kohl zu seiner 16-jährigen Schreckensherrschaft. Die moralische Verkommenheit und die intellektuelle Nutzlosigkeit der FDP, sie zog im Laufe der Jahre nicht nur Männer an, die immer so wirken, als könnten sie keiner Fliege etwas zu Leide tun, schon weil sie die Fliege nicht erwischen würden. Wie Klaus Kinkel, dem Kassengestell des Grauens oder Wolfgang Gerhardt, einem Mann mit so vielen Ecken und Kanten wie eine Portion Götterspeise. Nein, auch kriminelle Mehrfachbegabungen wie Otto Graf Lambsdorff und Walter Döring bereicherten die illustre liberale Runde. Die FDP, das war immer auch Re-Sozialisierung, noch bevor die Straftat begangen wurde. Ein Auffangbecken für Halbseidene wie eben Jürgen Möllemann, der den Begriff der Himmelfahrt auf so erfrischende und eigenwillige Weise interpretiert hat. Und dem auch von hier auch ein letztes Mal zugerufen sei, Jürgen Rest in Pieces. Einem Sterbenden gleich bäumte sich die Umfallerpartei vor ihrem Ableben noch einmal auf und kam unter einem Mann, der die Verachtung für Arme verkörpert wie kein zweiter, unter G.Westerwelle zu einem letzten Höhepunkt. Guido. Guido. Guido, die Freiheitsstatue aus Bad Honnef. Er führte die FDP noch einmal an ihren Sehnsuchtsort, den zweistelligen Bereich, um in der Folge durch seine Arbeit zu beweisen, dass die FDP eben nie das kleinere Übel war, sondern das größere Erbrechen. Einmal noch durfte sich die Führungsriege am Staatsbankett laben und sich an den Posten ergattern. Am Schluss verhielt sich die FDP so, wie sie sich eben immer in der Regierung verhalten hat, wie Sigmar Gabriel vor einem All-You-Can-Eat-Buffet. Ob Christian Lindner, der ideologische Bunsenbrenner der Liberalen, Dirk Niebel, der pfiffige Hirntote aus Heidelberg. Die FDP, sie verfügte bei ihrem Ableben über ein Personal, das, vor allem wenn wir an Birgit Homburger denken, auch Gläubige ausrufen lässt. Herr, hätten sich die Eltern da bei der Empfängnisverhütung nicht ein bisschen mehr Mühe geben können? Auch der Mini-Messias, den sich die Partei zur Rettung auserkoren hatte, Philipp Rösler, konnte den Untergang nicht verhindern. Zugebrochen war sein Lebenslauf. Im Alter von neun Monaten war Rösler in einem Weidenkörbchen von Vietnam nach Deutschland. Geschwemmt worden, Grundschule in Hamburg, ein Wunder, dass er überhaupt sprechen kann. Abitur in Hannover und wir Brüder und Schwestern wissen, das reicht gerade für den Eurovision Song Contest. Rösler, das FDP-Monchichi, er gab als Arzt den Liberalen eine professionelle Sterbebegleitung frei nach seinem Lebensmotto. Der Bambus erbricht sich auch mal bei Sturm, aber er wiegt nichts. Die FDP, sie möge in Frieden ruhen und um Himmels Willen nicht wiederkommen. Amen.